Ich präsentiere euch heute Kletterflieder der Marke Naturalfig in drei Farben, in Schwarz, in Hellbeige und in Blau die weite Haarhauter. Obermaterial ist echtes Hirschleder, gefüttert ist er mit einem Echtleder in Kombination mit einem Stretchmaterial. Komfort haben wir einen Kleckverschluss, ein herausnehmbares Fußbett, eine bequeme Absatzhöhe von drei Zentimeter, das Solmaterial ist DPS, sehr flexibel, in den Größen 35 bis 44, ein riesen Größensortiment. Wir Frauen sind noch viele Stunden in unbequemen Schuhen unterwegs. Wenn wir diese Stunden nicht zur Qual werden, gibt es Gott sei Dank Komfortschuhe von Tessamino, die alle Anforderungen an einen bequemen Schuh erfüllen. Kletterflieder der Marke Naturalfig bei Tessamino verwöhnt deine Füße vom Anziehen bis zum Ausziehen. Das Obermaterial aus feinstem, weichen italienischen Hirschleder, hier passt sich der Schuh schon mal optimal deinem Fuß an, also die Weichheit ist wahnsinnig. Und innen ist alles nahtlos gefärmt, wirkt hier um den ganzen Vorfuß herum, damit kannst du nervige Reibungsstellen und Druckstellen besonders gut vermeiden. Die bequeme Absatzhöhe von nur drei Zentimeter hier, unter flexiblen rutschhemmenden Sohlen bist du auch stets flott unterwegs und die Kombinationsmöglichkeiten für diesen Schuh sind praktisch unendlich und wir sind schon gespannt, wie du das Modell zu Jeans, zu Hosen oder Röcken kombinierst. Also gönn dir jetzt also eine Auszahl für deine Füße und genieße den Tessamino Wohlfühlmoment in den bequemen Klettern. Eure Biki